Guck mal, da gucken Leute zu. Huch und Nanu, die gucken zu. Wollen wir verraten, wer wir sind? Na, dann fang an, mein Kind. Also zuerst sehr guten Tag. Sehr guten Tag, keinen Quack. Ich bin die Ute, ruhig, ihr zwei. Mensch, wir sind doch drei. Ute, schmute, quasi mir. Ja, 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 so heiß sind wir. Hallo du, hallo ihr. Wir sind Ute, schmute, quasi mir. Hallo du, hallo ihr. Wir sind Ute, schmute, quasi mir. Wir sind da, wir sind hier. Wir sind Ute, schmute, quasi mir. Schmute, bin ich oder super Mann? Du und dein Mann, ihr klingt so an. Ihr wisst genau, dass ich alles kann. Super, schmuten, Mann. Ute, schmute, quasi mir. Ja, 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 so heiß sind wir. Hallo du, hallo ihr. Wir sind Ute, schmute, quasi mir. Hallo du, hallo ihr. Wir sind Ute, schmute, quasi mir. Wir sind da, wir sind hier. Wir sind Ute, schmute, quasi mir. Ich bin der kleine Kasimir. Wissen wir, wissen wir. Da können wir sehen, so geht es mir. Kasimir, bleib hier. Ute, schmute, Kasimir. Ja, 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 so heiß sind wir. Hallo du, hallo ihr. Wir sind Ute, schmute, quasi mir. Hallo du, hallo ihr. Wir sind Ute, schmute, quasi mir. Wir sind da, wir sind hier. Wir sind Ute, schmute, quasi mir. Los, Mobbel, komm. Au, au, au. Ah! Ah!